Soll ich mal versuchen? Uh, der Toast ist schon schwarz geworden. Eieiei, na bitte. Aber ziemlich ungleich, oder? Nein, der vordere? Der ist später drauf gekommen. Der ist aber schon so weit. Aber es geht dann schnell, kann man sich schon vorstellen. Ob das dem Kapitäns Ansprüchen genügt? So eine halbseitig getoastete Scheibe. Ich glaube, das geht zu schnell.